Suchen Sie nach einem sicheren Weg, um die Beleuchtungselektronik in Ihrer Outdoor-Scheune oder überall dort, wo Sie kein 230-Volt-Netz haben zu verbessern. Sie haben die Lösung gefunden, die Joule-Ringer-Schaltung von laserhacker.com. Unzählige zufriedene Kunden schwören auf dieses geniale Stück Technologie und verwandeln selbst die skeptischsten Techies in begeisterte Fans. Mit seinem schlanken und kompakten Design bietet die Joule-Ringer-Schaltung eine starke Leistung und Effizienz für all Ihre LED-Beleuchtungsbedürfnisse. Wenn bei Ihnen kein 230-Volt-AC-Netz vorhanden ist, können Sie damit richtig gutes Licht erzeugen und Ihre ganzen Räume damit beleuchten. Laser-Saber hat die ultimativen Cutting-Edge-Elektronik dazu entwickelt, erleben Sie den Effizienzunterschied selbst, mit dieser genialen Schaltung, haben Sie die Joule-Ringer-Schaltung schon selber mal aufgebaut? Dann bitte hinterlassen Sie einen Kommentar unter dem Video mit Ihren Erfahrungen, vielen Dank und weiterhin viel Spaß beim Basteln.